ja moin willkommen zurück zu prodi es letztes mal hallo ich habe nicht reingetappt letztes mal mit die verderbnis abgeschlossen sechs von acht das sind das erste mal gestorben und direkt zweimal jetzt kommt das level namens buße müssen wir buße tun oder wer diese acht diese andacht städte wurde von der armee für dimensions diese andacht städte wurde von der armee für dimensionaltransporter requiriert ich habe gerade ein schlaganfall das jetzt gelesen habe what the fuck okay fängt ja schon mal gut an kann nur schlechter werden okay die granate will ich nicht das ist noch kommt noch von der granaten von dem granaten test in der letzten okay ihr wollt euch alle kloppen und bei junge man kann granatwerfer ist nicht meins ich sag's euch ja damals beim also die kloppen sich gegenseitig das gefällt mir weil der lachende dritte ne und so und zwei sich streiten meine okay okay Oh, das war wieder so ein aus Versehen Sniper Schuss Der hat dann passiert, weil die Feuerrate so hoch ist Ach, du bist Hier ist noch ein kleiner Mann Ah ja Holy shit Ja, wieder Da war doch Ich dachte, da war noch jemand, aber doch nicht Danke für das Erzfragment, was einfach so im Raum liegt Das ist ein, glaube ich, sowas wie Fackeln Für Ambiente Romantisch, ja Da wollen wir nicht hoch Aber wir wollen auf jeden Fall die Munition hier Nexus Point, okay Ich dachte, jetzt spawnen so 5 Millionen Gegner Aber nein Okay Da war wieder, da war so ein Gerät, was eigentlich immer Nachrichten uns lesen lässt Äh, hallo Oh Datentablet fehlt Okay Kein Problem Wir gehen kurz ins Serverraum und holen es Ich meine, das ist wahrscheinlich dann der Serverraum hier Wir gehen kurz ins Büro und holen es Oh, das ist wieder so ein Ne, das ist kein Chonker Okay Okay Bam, bam, bam Alright Oh Gib mir die Munition Ja Datentablet fehlt Okay Wo ist, wo müssen wir Ne, das können wir nicht kaputt machen Äh, oh Oh Jetzt ist das hier auch an Dimensionsschlösser Das Öffnen von Portalen in die Prodeus-Dimensionen hat sich als sehr schwierig erwiesen Sie scheinen über eine Barriere oder ein Schloss zu verfügen, das Fremde am Betreten hindert Wir haben drei mögliche Tore zwischen ihrer und unserer Dimension entdeckt Andere Dimension I see Aber ich sehe gerade nicht, wie wir hier weiterkommen Müssen wir wieder zurück Da sind ja Gegner gespawnt Ah, ja Der Pfeil ist eindeutig Bam Yo Ah Goodbye Oh, das Gehen wir jetzt in die andere Dimension Okay Ui Okay Ja Oh Oh Oh, gut Ah, der Tupi Geil Portal-Schloss zerstören Oh Okay, hier ist Wo auch immer wir sind WTF Wo kommt ihr jetzt auf einmal her? Okay Okay Wieder zurück Bam Jo Ich sehe da oben was Ah Ah all right geilo zur anderen seite schätze ich werde die ganze zeit schnell speichern wir haben eins von drei aktiviert aktivieren nochmal das nexus portal nexus punkt meine ich entschuldigung leben haben wir okay guttag geht hier in eurem puff ab ist weg so nämlich du lappen haben wir denn hier noch mir ein geheimnis wahrscheinlich ja aber ich sehe es nicht oder so noch ein portal alles klar oh god oi 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 gegen den kann man gut die granaten einsetzen weil er jetzt stehen bleibt der typ so du lappen so okay und weiter wir haben aber immer noch nicht dieses die festplatte quasi gefunden das ist wahrscheinlich in oder hdd festplatte braucht doch kein mensch mehr heißt hdd ne ssd und hdd ja ich kenne mich aus falls ihr es nicht bemerkt habt nein warum nachladen okay okay was ist hier lass mal waffe mal auswählen ist hier aber wieder rumlappen okay Ah, genau, schieß, wo ich überhaupt weiß, dass du da bist. Bevor du eigentlich uns sehen kannst. Macht Sinn. Okay, au. Danke für das Erzfragment. Noch ein Granatwerfer. Aka Muni dafür. Das Archiv. Okay, hier ist wahrscheinlich die Festplatte. Wir gehen erstmal rum und sammeln alles ein, bevor wir hier die Kacke zum Dampfen bringen. Ich benutze den Dash halt einfach gar nicht. Aber hier waren wir ja schon, oder was? Ah, ne, da haben wir gerade Gegner gekillt, ne? Da ist noch was. Ah, da war die Festplatte. Datentablett wird transportiert. Sehr gut. Komm her. Dann halt so. Tschüss. Oh, zwei große. Oh. Okay. Wo ist der andere? Da ist er. Ich weiß nicht, was da gerade Schaden uns Schaden gemacht hat. Ah. Okay. Okay. Um, ja. Okay. Ah. Oh, up. Ja. Oh. Tschüss. Jawoll Ah, da ist er wieder, okay Peng, peng So Das mit dem Granatwerfer gegen den ist echt geil Urteilschloss zerstören, ja, ja Peng Und wieder zurück Okay Let it rip Und wieder zurück Oh Nein No, schieß Junge Okay Jawoll Müssen wir jetzt nochmal auf den Knopf drücken Ah ja Okay Okay Okay, das finale Dimensionslevel Podios Dimensionslevel, Unterlevel, wie auch immer Ah ne Das war das Okay 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 Ich dachte, das Wer geht jetzt weiter Na gut Okay Dove Zeit schon wieder Was ist das Grüne jetzt hier Aber Dimensionsportal Dieses Portal führt in die Prodeus Dimension Okay Okay Holoface Archiv Okay, das hat nur zwei Erze, dann machen wir das doch jetzt Wahrscheinlich nicht so lang Ähm Eine Eine den Wohltätern dieser Dimension gewidmete Kampffreie Zone Kampffrei? Wie lame Kampffrei Pff Dass ich nicht lache Ach so Die Entwickler Geil Herrlich Dalton Ryan Anton Hand Chris Shades Olivieri Olivieri Cool Nice Äh Ja Ne Ich ziehe meinen Hut Richtig, richtig geiles Spiel Bitte macht Hört nicht auf, Spiele zu entwickeln Doggo Zack Holland Mhm Okay, das ist Das ist Automatische Karte enthalten Okay Nice Das ist eine geile Idee Das, keine Ahnung Auch ein Doggo Nice Hier sind auch noch welche Heißt es Daniel Hill ist gestorben Wenn ja, dann RIP Das ist cool Kim Schwarz war Brandon Die können doch nicht alle tot sein Wahrscheinlich haben die einfach kein Bild abgegeben oder so Ich hoffe mal, dass es so ist Kann ja nicht sein, dass so viele Leute gestorben sind Wenn ich das Ende da Okay Okay I miss you, buddy Oh Kato Kleine Kitty Wie viele Ach, das ist ein kleines Indie-Spiel What the fuck Das ist alles Entwickler Hier waren wir Aber auf der Seite noch nicht Ich werde jetzt irgendwie Die Zeit Mir die Zeit nehmen Und jedem hier so In Anführungsstrichen Shoutout geben Und dass die einmal auftauchen Luke Flug Luke Jones Angry Peace Gabi Kill Cool Nice Ich feiere sowas Oh ja Ich ziehe meinen Hut Für euch allen Freunde Respekt Was ihr hier Entwickelt habt Mehr davon Beziehungsweise Mehr von euch Auch wenn ihr Anderes Genre Anderes Spiel macht Ihr habt es auf jeden Fall drauf Sehr cool Alright Dann würde ich sagen Ah nein Kann ich hier noch was lesen Unterstützer Nun Da die Entwicklung abgeschlossen ist Möchten wir unseren Unterstützern danken Ohne euch hätten wir dieses Projekt Nicht fertigstellen können Ach das waren Das sind die Bäcker Ich glaube das sind die Bäcker Und die am Anfang Die drei waren die Äh Entwickler oder was Ah das ist ein Teleporter Oder sind das einfach nur drei Die so mega viel Gebackt haben Ich weiß es nicht Jedenfalls Egal was es ist Ob es Entwickler sind Oder Backer Coole Idee Feiere ich Sehr cool Okay Äh das wäre es Für diese Folge Geheimnisse 100 Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich glaube langsam kommen wir dem Ende entgegen Wenn wir schon in diese andere Dimensionen Äh Und sporten können Oh das ist die Hälfte des Spiels Eins von beiden Schauen wir mal Ähm Ich hab Bock auf mehr Ich hoffe ihr auch Danke fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal Ciao